Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben bestätigt, dass ein sehr spannendes neues Projekt mit Schwerpunkt auf psychischer Gesundheit noch in diesem Jahr starten wird. Prinz William und Prinzessin Kate setzen sich schon lange für psychische Gesundheit ein und widmen viel Zeit und Ressourcen der Unterstützung verschiedener Initiativen zur Verbesserung des psychischen Wohlbefindens. Ihr Engagement hat sie im Laufe der Jahre zahlreiche Projekte anführen lassen, was einen tief verwurzelten Glauben an die Sensibilisierung widerspiegelt. Das königliche Duo hat nun eine neue Initiative zur Verbesserung der psychischen Gesundheit in ländlichen Gemeinden privat finanziert, wie im Hello! Magazin berichtet wurde. Der Prinz von Wales hat zuvor erklärt, es ist an der Zeit, dass jeder seine Meinung äußert und sich in Bezug auf psychische Gesundheit wirklich ganz normal fühlt, es ist dasselbe wie körperliche Gesundheit. Jeder hat psychische Gesundheit und wir sollten uns dafür nicht schämen, und schon ein Gespräch mit einem Freund oder Familienmitglied kann wirklich einen großen Unterschied machen. Die Nachricht kam, als einige der persönlichen Finanzen des dreifachen Vaters in Form neuer Zahlen ins Rampenlicht gerieten. Aus den Berichten ging hervor, dass der Thronfolger im Jahr 2023 über 23 Millionen Pfund durch das Herzogtum Kornwohl verdient hatte. Das Herzogtum Kornwohl ist eines der größten und ältesten Landgüter Großbritanniens und wurde 1337 von König Edward III. gegründet, um den Thronfolger finanziell zu unterstützen. Das durch das Herzogtum erhaltene Geld wird verwendet, um das offizielle, wohltätige und private Leben des Prinzen und der Prinzessin von Wales und ihrer Familie zu finanzieren. Die Informationen über den Reichtum der königlichen Familie sollten eigentlich schon letzten Monat veröffentlicht werden, wurden aber wegen der Parlamentswahlen verschoben. Einer ihrer bemerkenswertesten Beiträge ist die 2016 gestartete Kampagne Hetzte Gelder. Diese von der Royal Foundation angeführte Initiative zielte darauf ab, das Stigma rund um die psychische Gesundheit zu bekämpfen und offene Gespräche über das psychische Wohlbefinden zu fördern. Im Jahr 2020 startete die Hetz-up-Kampagne mit dem Ziel, Menschen mithilfe von Fußball dabei zu helfen, über psychische Gesundheitsprobleme zu sprechen. William sprach mit mehreren bekannten Fußballspielern, um das Bewusstsein zu schärfen. Prinzessin Kate hat ihre Bemühungen auch auf die frühkindliche Entwicklung konzentriert, da sie die tiefgreifenden Auswirkungen erkennt, die früher Erfahrungen auf die lebenslange psychische Gesundheit haben. Das Royal Foundation Centre for Early Childhood wurde 2021 von der Prinzessin von Wales gegründet. Wie auf der Website angegeben, besteht die Mission darin, das Bewusstsein für die außergewöhnlichen Auswirkungen der frühen Kindheit zu schärfen und Maßnahmen dagegen zu ergreifen, um die Gesellschaft für kommende Generationen zu verändern. – EIN tasteschland. – Doktoride Bett Wolfes B creier Oberdeau word fürricene Sprenan. – EIN, ARIK. Das는데요, der polymer比 MC Almighty ist dort nervös. Vielen Dank.